Ein Video, was bei uns abgegangen ist, wie Schmidts Katze, war ein selbst gedrehtes Video von Wochner. Das habt ihr mir zugeschickt. Ich habe es gesendet und keine Ahnung, wie viele Aufrufe hat es denn jetzt? Gute Frage. Also innerhalb von zwei Tagen waren es glaube ich 45.000. Das habt ihr selber gedreht. Ja genau, mein Onkel hat es gedreht. Wir sind im Familienbetrieb und haben es dir durchgeschickt und ja, phänomenal, was dabei rausgekommen ist. Ja schön. Gab es auch Kundenanfragen schon? Definitiv. Ich bin mal gespannt heute. Es ist drüben bei Mercedes bestimmt einiges los. Wir haben einen Kastenwagen bei Mercedes stehen und gehen heute mal ein bisschen auf Wohnmobile erstmal ein. Ja, sehr schön. Du bist gelernte Erzieherin. Wie kommt man denn in so einem Familienbetrieb dann rein, dass man hier auf der Messe steht? Das heißt, du arbeitest nicht Vollzeit oder bist doch Vollzeit drin? Doch, ich bin Vollzeit drin. Habe den Erzieherberuf tatsächlich an den Nagel gehangen. Ich habe gesagt, ich steige in den Familienbetrieb ein. Mit meinem Schwabe gemeinsam, der auf dem Mercedes-Benz-Stand gerade steht. Und ja, macht mega Bock tatsächlich bei uns im Betrieb. Sehr schön. Kommt aus Schwaben oder? Genau, vom Bodesee, vom wunderschönen Bodesee. Wo denn da? Aus Markdorf und sitzt zwischen Meersburg und Friedrichshafen tatsächlich, da wo andere Urlaub machen. Ist das noch Baden-Württemberg? Ist noch Baden-Württemberg. Aber hart an der Grenze? Hart an der Grenze, ja. Wir haben es nicht so weit nach Bayern, aber ja. Da lebt man ja sehr schön. Ist relativ teuer da zu leben oder geht es mittlerweile? Geht mittlerweile tatsächlich. Ist das so schlimm mit dem Wetter eigentlich im Winter da, mit dem Nebel? Ja, tatsächlich. Wobei man muss sagen, wir wohnen am Gernberg und der Gernberg haltet tatsächlich relativ viel an Wetter ab. Aber nein, es ist die schönste Region, würde ich behaupten. So, ihr baut Reisemobile. Wenn du mal kurz mit mir mitkommst, wir gehen mal ein bisschen nach hinten, da gehen wir mal ein bisschen Raum. Heute ist Samstag-Caravan-Salon. Die Schlangen waren irre. Also ich hatte zum Glück ein Motorrad dabei, kam gut durch. Wie lange macht ihr das schon? Seit 32 Jahren jetzt, genau. Echt? Ja, genau. Also sonst gibt es seit 32 Jahren. Wir sind eine kleine Manufaktur. Wir sind insgesamt zu zehnt. Und ja, bauen im Jahr knapp 20 Fahrzeuge. 20 Fahrzeuge. GFK-Seitenwand. Das ist ja so eine Frage. Meist du aus Alu oder GFK? Die ist natürlich extrem beständig. Nicht ganz so glatt. Aber du kriegst keine Dellen rein. Das ist der Vorteil. Richtig. Also wir haben hier einen Voll-GFK-Aufbau. Heißt, wir machen alle GFK-Teile selber bei uns. Ihr macht die selber? Ja, wir machen die selber. Ihr packt die selber? Ja, genau. Also tatsächlich, bei uns ist alles Eigenproduktion am Fahrzeug. Macht uns, glaube ich, einzigartig in dem Segment. Wir haben keine Kanten in dem Sinn. Bei uns wird der gesamte Aufbau verklebt miteinander. Gerade an so Stellen eben wie Heckteil, Dachteil, Alkofen ist so Themen einfach Dichtigkeit. Ich sehe das auch da oben. Du hast keine Kante. Es ist alles rund. Genau. Also man sieht es hier. Ich kann es ja gerade mal kurz zeigen. Wir haben hier einfach der Punkt, dass das Heckteil über die Seitenwand überlappt. Wir haben hier eine volle Klebefläche. Dadurch wird hier nie eine Undichtigkeit bestehen. Genauso wie der Alkofen ist wirklich was, was einzigartig bei uns ist tatsächlich. Wir haben ein Formteil. Das Formteil fängt hier oben an. Monokok fast. Richtig, ist es schon Monokok fast. Der geht einmal komplett rum. Wir haben vorne keine Fuge. Das heißt, der ist hoch reparierbar. Wenn ich ihn mal treffe, kannst du ausbessern. Kann ja immer mal passieren. Ich fahre ja gerade in Alkofen. Die sind so handlich zu fahren, dass man manchmal das vergisst, wie hoch er ist. Ja, richtig. Tatsächlich. Sehr unangenehm. Tatsächlich. Aber ja, bei uns ist tatsächlich alles von der Reparatur her möglich. Man kann es in jeder Lackiererei machen lassen. So, warte. Ich zeige es mal gerade. Das ist wer eigentlich? Das ist Stefan. Der steht bei Mercedes gerade. Da gehen wir nachher noch hin. Alles klar. Tschüss Stefan. Bis gleich. Bis später. Bis später. Das ist ein Schwager. Ja, genau. Jetzt seid ihr echt ein Familienunternehmen. Ja, der Alkofen. Ich bin ja ganz großer Alkofen-Fan. Das Coole ist, dass dieses Auto absolut barrierefrei ist auf dem Campingplatz. Kannst du mit auf dem Campingplatz fahren? Du wirst nicht irgendwie angemacht als irgendwie Luxus-Liner, sondern die sind eigentlich so, die Leute finden das, ja, das ist ein Wohnmobil. Trotzdem hast du Luxus drin. Ihr seid aber jetzt nicht die Firma, die jetzt den Riesen-Bling-Bling macht, sondern das ist sehr angenehm. Da drin ist es langfristig, dass du ein tolles Design hast, mit dem du lange Freude hast, oder? Richtig. Also wir achten tatsächlich schon so vom Design her einfach drauf, dass es zum einen praktisch ist, was hier wirklich wichtig ist in dem Segment. Aber auch eben, dass, wenn man reinkommt, der Wohlfühlfaktor einfach im Vordergrund steht. So, das ist eine Hexenskurve. Ja, das beliebteste Fahrzeug von uns tatsächlich. Bei uns ist von 20 Fahrzeugen, würde ich behaupten, 19 Fahrzeuge Hexensgruppe. Und ich glaube, das ist so ein Argument tatsächlich, wo... Das heißt hier oben, dass die Formteile außen alles GFK, wenn ich da mal anstoße, das kannst du super reparieren, da passiert nicht viel. Sehr stabil, unglaublich zäh. Also das ist, denke ich, für die Ewigkeit gebaut, oder? Es ist für die Ewigkeit tatsächlich. Also Kunden verkaufen ihre Fahrzeuge von uns, glaube ich, einfach nicht. Also es gibt uns einfach einen Gebrauchtmarkt nicht. Und wenn einer seinen verkauft, dann meistens unter der Hand und wenn er sich einen neuen bestellt hat. Ja, das ist interessant, denn selbst ich kannte euch nicht. Ihr baut etwas weniger wie natürlich Bimobil. Ja, die liegen bei knapp 100, glaube ich. Da siehst du schon mal den einen oder anderen. Die machen das auch noch einen Ticken länger wie ihr. Aber ihr seid wirklich eine Korrefe. Sag mal hier, die Stoßstange auch GFK? Auch GFK. Auch wir hier eigen. Das ist halt das Schöne, dass wir hier wirklich selber vom Design her arbeiten können. Wir können das schön einarbeiten, die Lampen einarbeiten. Achso, ihr habt die Form selber gemacht? Ja, komplett. Ja, die Blasen, wie kriegst du die raus beim Ziehen? Also wir ziehen hier gar nichts rein tatsächlich, sondern wir haben eine fertige Form. Und laminiert die von Hand ein? Ja, wir laminieren von Hand. Weil ich kenne das nur, dass die Lagen übereinander sind. Dann gibt es praktisch Unterdruck. Jetzt zieht das raus. Hast du das Video gesehen von Vario, wie es hergestellt wird? Genau, also so macht es der herkömmliche Hersteller. Wir machen es vom Prinzip her anders. Wie ein Bootsbauer früher? Wie ein Bootsbauer. Boah, ist das geil. Das ist komplett GFK. Das heißt, die Außenhaut ist GFK, der Boden auch GFK? Der Boden ist auch GFK. Auch der doppelte Boden ist GFK. Heißt, wir sind komplett holzfrei vom Boden her. Von daher komplett wintertauglich, alle Tanks. Die Unterflur hängen würden oder hängen. Es könnte ja immer mal was passieren. Das heißt, wenn es im Boden reinläuft, ist erstmal, wenn man schnell rauskriegt, passiert nicht viel, oder? Richtig. Das ist ja wichtig. So, wir gucken mal drauf. Ja, viele wollen ja jetzt ein Motorrad noch hinten dran machen. Der kann ja ein bisschen was. Ist es hier 5,5? Es ist ein 5,5-Tonner. Wir sind hier immer bei den 5-Tonnen-Fahrzeugen. Immer mit Zwillingsbereifung hinten. Alle Rad immer wählbar. Und prinzipiell Anhängekupplung immer dazu buchbar, wenn man sie benötigt. Auch hinten in der Garage eine Rahmenverlängerung würde gehen? Wird auch gehen, tatsächlich. Müsste ich tatsächlich eher von der Höhe mit Motorrad in die Garage reinbringen. Immer etwas schwieriger. Aber wenn ich es haben will, einfach sagen. Genau. Also Lösungen findet man immer. Sehr schön. Also das Design gefällt mir schon mal ganz gut. Es ist zeitlos. Bei solchen Geschichten ist es immer so, da diskutiere ich auch bei Bimobil immer drüber. Weil viele Leute sagen, naja, die könnten ja mal jetzt unglaublich modern werden und so weiter. Das hat sich bewährt. Also man muss nicht immer dem letzten Trend hinterherlaufen, weil ansonsten hast du in 5 Jahren ein altes Reisemobil. Das ist so. Und bei euch fahren die meisten eigentlich noch? Das fahren, glaube ich, alle noch. Also wir selber haben unseren ersten, den wir gebaut haben, so nach dem Betrieb. Ja. Krass. Nee, der ist total schön. Allrad baut ihr keine? Doch, tatsächlich. Bei uns ist der Kunde flexibel von der Ausstattung her. Also das, was der Kunde braucht zum Campen, wird dazu gebucht. So, wo geht es denn los, wenn ich ihn jetzt relativ spartanisch ausstatte? Puh, der kleinste hier so, jetzt beim kleinsten Fahrzeug mit 7,40 Meter, der fängt an bei 160. Geht doch. Genau. Aber halt, ich sage jetzt mal, das ist so nackt. Genau. Das Fahrzeug stattet er so aus. Also prinzipiell liegen wir eigentlich, wenn ein Fahrzeug gut ausgestattet ist, zwischen 220 und 280. Ja, das sind auch die Preise, die die Kollegen haben. Dafür macht er aber Handarbeit, 10 Fahrzeuge. Wie viele Jahre muss ich dann warten, bis ich einen kriege? Zwischen eineinhalb und zwei Jahre. Gut, wenn ich jetzt einen bestelle. Man sieht das Ganze, ihr habt einen geschweißten Rahmen hier drunter. Das Ganze ist extrem stabil. Der GfK an sich ist ja schon mal, diese Vollverklebung ist ja extrem steif, oder? Genau. Also wir haben auch hier die Verstrebung tatsächlich innen drin im Kofferraum wegen dem Gurtgestell, weil wir hier nochmal zwei zusätzliche Sitzplätze haben. Die Kabine ist sonst ansonsten freitragend. Heißt, wir brauchen nicht die Möbelteile, um die Kabine zu heben. Was einfach auch hier wieder von der Stabilität ist. Also ihr könnt das Fahrzeug leer bauen, das würde fahren? Ja. Echt? Ja. Cool. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Thema Knarren, Krachen, kennt ihr nicht? Gibt's nicht. Echt nicht? Nee, gibt's nicht. Also das ist was, was gar nicht geht in einem Auto. Also wenn irgendwas klappert, ist das Geschirr dann? Wohl wahr. Wobei, da werden eigentlich auch Antirutschmatten drunter gelegt. So, ich zeig mal hier vorne. Ja, Zuladung bei 5,5 Tonnen muss man trotzdem ein bisschen achten. Wie schwer sind wir denn jetzt, Lea, bei dem hier? Bei dem hier liegen wir jetzt bei 4,1. Und der darf 5,5. Das heißt über 1,4 Tonnen Zuladung. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. So, Tankvolumen, was haben wir hier? Frischwassertank haben wir beim Kleinen 260, beim Großen 290 und Abwasser haben wir die 177. Das ist gut. Auch dass Festtanktoilette geht? Haben wir auch. Wobei, wir sagen müssen, wir haben unsere eigene Toilette hier drin. Bei uns ist seit 5 Jahren Trenntoilette angesehen. Welche denn? Unsere eigene. Ihr eigene? Ist das eine Kompost oder was habt ihr? Ganz normale Trenntoilette. Tüte? Genau, Tüte. Und eben von außen handelbar, gucken wir uns nachher noch kurz an. Wenn ich eine haben möchte, zum Beispiel eine Cinderella oder irgendwas anderes, einfach nur ansprechen, ihr könnt realisieren. Ja, genau. Sehr schön. Du weißt ja alles. Gehen wir mal von aus, oder? Sehr schön, ja. Ich habe eben noch gewitzelt, weil du bist noch so jung. Da wird den Leuten immer wieder unterstellt, gerade die jungen Mädels, die könnten ja hier praktisch eine Messerostest sein. Das ist bei dir nicht der Fall. Spätestens, wenn sie das Namensschild sehen. Der fragt sich mal nach. Die Nadine Wochner. So, ich zeige es mal ganz kurz. Also die Markise habt ihr oben drauf gemacht mit Beleuchtung, eine schöne Fiammer. Genau. Also keine Experimente, hier wird nichts eingelassen. Das Ganze soll ewig halten. Ja, genau. Also hier ist wirklich alles lang Zeit bewährt. Ja, ob das Dach begehbar ist, das schenkt man uns. Das ist begehbar. Ja. Gut. Muyaro, wer kam denn auf den Namen? Da müssen wir das ganze Wort an meinen Onkel übergeben. Aber ich glaube, das ist so ein Wort gewesen, das sie interessant fanden und haben es damals übernommen. Ich zeige mal. 7,39 Meter, extrem handlich. Damit kommst du eigentlich auf jeden Campingplatz. Weil diese 7,40 Meter Fahrzeuge sind ja auch bei den Serienherstellern sehr beliebt. Die Länge ist entscheidend, die Höhe ist manchmal ein Problem. Wie hoch sind wir denn? Hier lesen wir jetzt beim Serienfahrzeug bei 3,25 Meter. Auch beim Allrad sind wir immer unter den 3,40 Meter. Von daher Brückendurchfahrten, kein Problem. Ja, weniger Brücke. Bei mir geht es oft darum, dass man nicht zu sehr irgendwas streift. Weißt du ja selber. Echt klar, es würde gehen auf Wunsch? Würde gehen. Wobei jetzt ich wieder hier komme mit Nachhaltigkeit. Wenn ich ein neues Fahrzeug kaufe, würde ich erstmal prinzipiell die Scheiben hier fahren, bis sie verkratzt sind und dann austauschen. Gut, aber wenn jetzt einer sagt, ich hätte das gerne noch einen Ticken Einbruchssicherer, hätte gerne ein Spezialglas, kein Problem. Genau. Die kosten ja auch 20.000, 30.000 Euro. Weißt ja selber. Habt ihr Fahrzeuge in warmen Regionen rumfahren? Auch? Ja. Unsere Fahrzeuge sind auf der ganzen Welt unterwegs. Ich war behaupten von Finnland. Letztens habe ich einen Kunden gekriegt, der hat mir ein Foto geschickt aus Bali. Also von daher sind die Kunden wirklich weltweit unterwegs. Eine Besonderheit ist die rein Composite-Aufbautür, die ihr drin habt. Die kenne ich natürlich aus dem Feuerwehrbau. Ja. Bis bei Premiumhersteller Concorde, Morello und so weiter. Schlagt die mal fest zu, bitte. Geht das? Oder ist das Schild im Weg? Das kannst du ja machen. Das darf die. Das darf die. Ja, das kann die auch. Man kann sie auch leise zumachen. Das ist so. Aber das Coole ist das Kotschloss, was du hier mit dabei hast. Da brauchst du keinen Schlüssel. Und das ist für Diebe immer unangenehm, weil die sehen dann schon, okay, was Größeres. Da gehen wir lieber zu den Reisemobilen, die wir kennen. Richtig. So, es gibt so neuralgische Stellen, die man leicht knacken kann. Da kann man mit Metallteilen sehr gut arbeiten. Da könnt ihr auch Abhilfe schaffen, dass man den nicht mit dem Schraubenzieher aufkriegt, oder? Ja, genau. Also wir haben auch überall, prinzipiell, neben fast alle Kunden vorne, auch beim Sprinterverriegelung, noch mal das Heosave rein. Zusatzschloss. Genau, dann werden die Türen von innen verriegelt. Kann ich nur empfehlen, weil die Diebe gucken das, die sehen das, die haben dann keine Lust mehr. Auch das Thema Einleiten kein Thema. Das ist ja ein süßes Staufächtlein. Ja. Soll ich es gerade mal aufmachen? Machen wir auf, ja. Dass wir reingucken. Und wir schauen mal rein. Ich habe eine Lampe mit dabei. Oh, sehr goldig. Ihr habt eine alte drin. Genau, wir haben eine alte drin. Nimmt eigentlich fast jeder mittlerweile rein. Ist einfach von der Wintertauglichkeit her das Ideale. Von der Wärmeleitfähigkeit optimal im Fahrzeug. Also fangen wir von vorne an. Das ganze Fahrzeug hat nicht nur einen technischen Doppelboden, sondern auch einen nutzbaren Doppelboden, den du beladen kannst. Dadurch hast du auch immer schön warme Füße. Ja. Nein, kann man nicht kriegen. Prinzipiell ist es aber so, durch das, dass wir die ganzen Vektoren einfach im Fahrzeug komplett im doppelten Boden verlinkern, ist prinzipiell eine Fußbodenheizung vom Gefühl her. Ich habe einen Wohnraumteppich jetzt auch reingelegt. Den habe ich auch genommen im neuen Fahrzeug. Sehr angenehm. Denn der Mercedes selber ist eigentlich das Auto, bei dem du weltweit, ich war jetzt gerade in Kanada, da fahren die überall rum. Den kannst du auch mal verschiffen nach Kanada, da kriegst du Service für alles. Ja, genau. Sehr schön. Ja, leider kriegt man nicht die kanadischen Versionen. Denn die haben noch mehr Luxus, Ledersitze und so weiter, größere Motoren. Aber man muss auch wirklich den neuen Motor in Schutz nehmen. Das ist ein ganz hervorragender Motor, weil viele da dem Sechszylinder nachtrauern. Das ist totaler Quatsch. Der permanente Allradantrieb hier, den es auch gibt. Genial einfach. Also wenn man den mal gefahren ist, dann wirklich top. Wobei man sagen muss, auch der Vierzylinder hier, die fahren sich genial, gerade mit einem großen Motorradantrieb. Merkst du nicht. Also es ist zur Not ein Soundmodul einbauen, ja, dann kann man V8 Sound generieren. Das ist euer Logo. Das ist unser Logo, genau. Das ist dieses Jahr hier auf der Messe eben ganz neu mit drin, weil wir gesagt haben, wir wollen der Marke einfach jetzt mal einen Look geben und haben das eben deswegen designtechnisch jetzt mal ein bisschen aufgepeppt. Sehr schön. Also wenn einer einen Folierungswunsch hätte, darf der den äußern, der Kunde? Dass er sagt, hier kennt ihr nicht einen Folierer, der mir das so ein bisschen, oder kommen die so, wie sie hier sind? Prinzipiell sind sie eigentlich so, wie sie hier sind. Wenn dann ist das dem Kunde überlassen, was er nachträglich macht. Kann er machen. Kann er machen. Der wird nicht in den Kopf abgerissen. So, hier sieht man das. Ihr habt euch ganz bewusst natürlich für diese Felge entschieden. Die kriegst du weltweit, wenn sie mal kaputt gehen sollte. Keine Experimente. Der Reifen ist günstig. Hubstützernlage ist drin. Das ist ja auch untypisch. Gut, das hier ist jetzt wahrscheinlich ein Heckgetriebenes Fahrzeug. Genau. Wir haben nur Hecktriebler. Und eben dann Hubstützende. Macht bei so einer Fahrzeuggröße einfach Sinn. So, der Allrad, das Fahrgestell Allrad gibt es bei euch nicht. Oder gibt es, doch, gibt es auch. Aber dann nur für 4,4, glaube ich, hat der. Nein, auch für die 5,5 Tonnen. Echt? Ja. Genau. Dann wäre es aber Allrad. Weil du sagst eben, wir haben nur Hecktriebler. Genau, dann ist ein Allrad. Dann ist ein Allrad. Wir haben Allrad als auch Hecktriebler. Mach mal auf. Dann gucken wir mal rein. Denn, ha, jetzt habe ich dich. Nee, ich habe einen Schlüssel kurz. Ja, wir gehen den holen. Ich filme mal kurz von außen nochmal, dass wir das sehen. Denn ihr habt schöne Basisfahrzeuge gewählt mit Full-LED. Allen drum und dran. Und während die Nadine geht, zeige ich euch das mal. Ja, Thema Lieferschwierigkeiten und Verfügbarkeit ist ja auch ein großes Thema. Und das gucken wir uns gleich mal an. Und das Thema Basisfahrzeuge, Verfügbarkeit hat euch natürlich in den letzten Jahren auch ein bisschen erwischt. Mit 20 Fahrzeugen geht es noch, oder? Es geht noch, ja. Aber es ist grenzwertig. Grenzwertig. Gerade der Allrad. Geht der mittlerweile? Der geht jetzt wieder mittlerweile. Aber wir haben den Vorteil, durch die 1,5 Jahre Lieferzeit sind wir da ganz gut im Vorlauf tatsächlich. Aber ja, an dem soll es eigentlich nicht hapern. So, ihr habt die schön ausgestattet. Das kann der Kunde ja wählen, nehme ich an, oder? Genau. Das Basisfahrzeug. Hier ist so ein Heosave drin. Das ist eigentlich sehr praktisch. Kann man abschließen. Und ja, Ausstattung. Da kann man die mit euch zusammen konfigurieren, was man gerne möchte. Die Motoren, meistens die großen, nehmen die Kunden, oder? Genau. Meistens die großen. Komfortsitz ist immer Serie drin. Hier jetzt mit Lederlenkrad, was wir vorne drin haben. Das große Gerät von Mercedes, weil wir im Aufbau hinten einfach auch mit der MBAC von Mercedes zusammenarbeiten. Ihr habt eine M-Bag drin? Ja. Echt? Ja. Einer der ganz wenigen, die sich das Thema angenommen haben. Ich habe jetzt schon ein paar gefilmt, unter anderem im Osten. Die haben Applikationen gemacht. Was kann man alles steuern über das M-Bag bei euch? Alles. Alles? Alles. Komplett. Das heißt, du kannst über das Display das ganze Auto steuern? Ja. Komplett. Ja. Wer macht das bei euch? Unser Elektriker, der Viktor tatsächlich. Und sind da jetzt gut aufgestellte Serie bei uns mittlerweile drin. Trauen sich viele gar nicht ran. Also man muss sagen, es gibt einige Fahrzeuge hier auf der Messe, die haben es. Aber mit allen, die man spricht, macht nochmal die Tür zu. Da eindeutig zu hören. Machen wir zu? Ihr habt die Fahrertür gedämmt? Ja. Boah, was für ein Aufwand. Habt ihr alle Verkleidungen ausgebaut? Man kann es mittlerweile tatsächlich glücklicherweise. Man kann es bestellen, aber ja? Ja. Mach nochmal zu. Mach mal fest dazu. Boah, klingt die geil. Ja. Die klingt so satt. Das ist das Gute eben mittlerweile, dass Mercedes da wirklich viel anbietet, wo man einfach dazu buchen kann. War am Anfang gar nicht so. Es gibt ja auch die Version als Arctic. Der hatte eine größere Batterie, stärke Heizung und so weiter. Auch das kann man bestellen. Also lasst euch da wirklich mal beraten. Eine Hubstützenanlage, was habt ihr drunter? Von E&P. E&P. So, dann mal bitte zeigen. Das ist, war das Durchgenäge? Hier bei dem nicht. Beim Kleinen. Beim Großen haben wir die beiden vorderen Fächer als Durchlade. Der ist doch schon groß. Nee, das ist der kleinste ja von uns. Mit 7,40 Meter. So, Wärmetauscher habt ihr mit drin für die Alde. Das heißt, die Motorwärme kann das Fahrzeug erhitzen. Genau. Und andersrum auch. Ich kann auch den Motor vorwärmen. Ich habe hier eben unseren Sogfilter sitzen von der Trenntoilette. So, die riecht nicht, die Trenntoilette? Nein, die riecht nicht. Und trocknet? Ja, also ja, sie trennt voneinander. Aber sie riecht nicht? Genau, es ist keine Komposchtoilette, sondern wenn man entsorgen kann, entsorgt man tatsächlich. Wir haben einen festen Tank drunter sitzen tatsächlich. Heißt, wir haben keine... Achso, ihr habt einen Tank für das Pipi? Genau. Ah, cool. Das ist ja mal gut. Was ist das hier? Das sieht man hier unten. Das ist der Urintank eben. Das ist er? Das ist der Urintank, genau. Mit 30 Liter Fassungsvolumen. Das ist ja schon ein bisschen was. Ja, wohl wahr. Wir haben hier vorne einen elektrischen Kugelhahn. Heißt, ich kann das Ganze mechanisch öffnen. Während der Fahrt? Ja, sollte man ja nicht. Aber ganz normal auf der Entsorgungsstation, wie es Grauwasser zu entsorgen. Das war ein Scherz. Also hier sieht man den Mülleimer, den kannst du von außen entnehmen. Genau. Das ist das Prinzip eben, wo wir gesagt haben, das wollen wir. Wir wollen nichts, was von durchs Fahrzeuginnere entsorgt wird, sondern wirklich von außen bequem, Tüte rein, fertig. Nochmal, das ist das Klo? Das ist das Klo. Und da kommt eine Tüte rein, da machst du dann rein. Genau. Bindest dann die Tüte zu, oder wie? Ja, genau. Das ist ein schönes Festanteil tatsächlich. Dann sehe ich ja ab und zu mal, was ich mache. Ja, man verwendet einen Streu tatsächlich zum Trocknen. Ah, okay. Und damit bedeckt man das Ganze. Und das finden die cool, die Kunden? Dass in der Praxis ist es gut? In der Praxis ist nur noch das Thema angesagt bei uns. Seit fünf Jahren verbauen wir nur noch die Trenntoilette von uns selber. Sind die Tüten durchsichtig? Nein. Tatsächlich empfehlen wir auch tatsächlich immer, das ist der Gag an dem Ganzen immer, dass wirklich, die kriegen auch von uns, Erstausstattung kriegen sie mit dazu, dass es einfach wirklich auch saubere und stabile Tüten sind. Aha. So, auch den kriege ich nach, den Eimer, das ist wahrscheinlich ein Standardeimer, kannst du irgendwo bestellen. Das ist, ja, diesen Ausdruck habt ihr selber gebaut. Haben wir selber gebaut. Was wir nochmal als Absicherung trotzdem drin haben, ist eine Geruchsmembrane tatsächlich zum Urintank, eine Entlüftung nach oben. Und was wir hier jetzt eben auch drin haben, wir haben einen Ultraschallsensor drin. Wir haben in allen Tanks haben wir Ultraschallsensoren drin. Du kannst sehen, wie voll er ist. Ja, genau. Und das wirklich genau. Wartungsfrei. Sag mal, wie lange bist du jetzt schon im Unternehmen? Seit, ich glaube, jetzt fünf Jahren. Fünf Jahren. Ja. Du bist echt gut. Ich meine, ich mache den Job ja auch schon ein paar Jahre und ich kann nicht fragen, was ich will. Das ist geil. Sag mal, die Türen, die werden wahrscheinlich wiederverwendet, die Ausschnitte bei euch? Genau. Das sieht man in zwei Dichtungen. Genau. Also wir lassen die anfertigen, die Türen, die Inlays gehen an der Hersteller zurück eben und dann wird wirklich alles von der Seitenwand verwendet. Cool. Deswegen passt sie auch genau. Ja, viel Aufwand. Da finde ich den Preis durchaus gerechtfertigt. Ihr seid so ein bisschen der absolute Champion, den man nicht so kennt. Ja, für viele auch tatsächlich so. Ja, Premium-Halle hier wart ihr noch nicht, oder? Doch. Wo denn? Immer hier. Tatsächlich, beziehungsweise wir haben Corona-mäßig ausgesetzt. Ach, da stand hier dieses eine Luxus-Reisemobil mal. Dieses andere war mal da. Cool. Ja, ich habe euch übersehen. Ich weiß auch nicht, warum. Das ändert sich jetzt. Ja, eben. So, und dann, ja, darf ich mal ein bisschen gucken. Da sieht man das Sandwich schön, oder? Ja, genau. Also wir haben hier bei uns ist es 40 Millimeter Sandwich-Aufbau. Innen und außen GFK. Also wir haben nicht nur außen GFK, sondern innen auch. Ja, der Boden, Fußboden kann man meistens reinschrauben. Der ist dichter, ein anderes Material. Was habt ihr da verwenden beim Fußboden? Holz, ganz normal. Nee, ich meine in der Mitte, der Schaum. Ach, hier. PU haben wir zum Teil drin. Also es ist bei uns tatsächlich unterschiedlich, weil die Seitenwände anders aufgebaut sind, wie der Alkoven beispielsweise. Aber ihr schraubt da schön rein, das ist kein Thema. Der ist hart. Genau, der ist komplett hart. Da wo Schraubpunkte sind, haben wir auch wirkliche feste Leisten drin, um hier einfach die Schraubpunkte zu haben. Wir haben die ganze Installation eben in einem Fach, wo man einfach überall hinkommen kann. Da kommt es ja schön ran an die Sachen. Also keine Spezialoperationen. Genau, also es ist bei uns wichtig, dass man sowohl von außen überall hinkommt oder vom doppelten Boden in, dass man keine Klappe oder Schublade ausbauen muss. So, die neue alte habt ihr auch schon drin, die 30-30. Wann ist der fertig geworden hier? Ja, hier. Zwei Wochen vor Messie. Gut, also wir sehen das Aktuellste, was es gibt am Markt. Wir haben hier Gastank oder Gaskasten, sagen wir es so. Hier Platz für zwei Flaschen. Bei den beiden größeren Fahrzeugen haben wir Platz für drei Flaschen. Die schalten ja automatisch um, muss ich nichts machen. Der ist wahrscheinlich gut wärmegedämmt, sodass man wenig Gas braucht. Genau, also es ist bei uns prinzipiell auch so. Vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Bei uns ist auch der Gaskasten aus GfK. Auch die Rathäuser sind aus GfK. Die Radkäuser. Du darfst mal für mich einen Test machen. Nimm mal so ein Rathaus in beide Hände. Hier. Geh mal den Schlüssel weg. Genau. Leg den Schlüssel mal auf den Boden. Und jetzt pack mal das Rathaus mal an. Hier. Ne, ne, hier. Da außen. Außen. Ne, hier. Das hier. Achso. Hier. Genau. Nimm das mal. Nimm das mal. Mit beiden Händen. Und versuch es mal abzureißen. Es geht nicht. Nein, es geht nicht. Tatsächlich. Bei uns ist alles auch, wenn man das sieht, wenn man hier rein filmt, es ist alles begleitet. Wir haben auch hier die GfK. Alles GfK? Alles GfK. Man sieht bei uns hier nicht in der Rahmen. Aber krass ist der Unterbodenschutz, den du da aufgebracht hast. Was ist das denn? Lassen wir auch nachträglich machen. Wenn es der Kunde wünscht, auch direkt von Mercedes. Die Fahrzeuge gehen immer vor Auslieferung bei uns in die Niederlassung. Echt? Ja. Oh, ich bin so stolz auf dich. Ihr habt ein paar Sachen. Klar, ich meine, das ist natürlich nicht billig, aber ihr siehst so schön das GfK. Das ist natürlich so zäh, dass auch Steine machen demnächst aus. Richtig. So, Winterräder sind ab Werk. Ja. Klar, das sollte man ja nicht anders machen. Guck mal in die Garage von der anderen Seite rein. Denn die Klappe ist ein bisschen kleiner. Die Rundesgruppe nimmt natürlich Platz weg. Das muss man sich im Klaren sein. Aber ich kriege hier zwei E-Bikes oder einen Roller. Genau. Also zwei E-Bikes ist gar kein Problem. Wir bieten auch Boxensysteme an, wo man sich Sachen einfach nochmal ideal verstauen kann. Da ist aber der Kunde tatsächlich immer individuell in der Gestaltung vom Kofferraum. Ist der gegenüber, der ist größer? Der ist größer. Das gucken wir uns gleich an. Hier vorne ist noch ein Geheimfach. Und da, ja, da ist der Fußraum. Gruppe rein, genau. Okay. Komm, wir gehen mal rein. Dass wir Auto mal sehen. Ja, Rundsitzgruppe ist natürlich bewusst extrem gut verkauft. Wir mogeln uns mal gerade dazwischen. Also wir, hier steht 258.365 Euro. Ist natürlich eine Stange Geld. Hier unten ist die E&P-Hubstützanlage. Siehst du hier, die da ist? Wir mogeln uns mal gerade bei euch vorbei. Kommt mal rein, kommt mal rein. So, und das ist die Rundsitzgruppe. Und das ist natürlich mit dem Grün. Das ist aber Kundenwunsch. Wenn ihr eine Manufaktur seid, kann ich die Farben durchaus bestimmen, oder? Richtig, genau. Also hier ist wirklich alles auf Kundenwunsch gestaltet. Die Fahrzeuge sind individuell, auch in der Elektronik ausgestattet einfach. Und deswegen ist für uns eigentlich kein Fahrzeug wie das andere. Ihr habt alle Flächen mit Teppich beschichtet, sodass nichts quietscht. Also die Möbelteile teilweise auch mit dran? Ja, also bei uns ist es so, wir haben den Teppichboden zum einen verwendet, weil es einfach ein gutes Klima im Fahrzeug macht. Das ist ein allergiefreier Teppich tatsächlich. Und ein Teppich, muss man einfach sagen, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt es sowohl wieder ab, gerade fürs Wintercamping, da nochmal gut. Und ist einfach geräuschminimierend. Also der ist ja relativ leer, das heilt hier nicht. Hier kann man eine schöne Schlafgelegenheit draus machen, der ist absenkbar. Ich benutze das immer schön, um die Füße draufzulegen. Kleines Kissen drauf und fertig. Das ist so eine Kuschelecke. Magst du dich mal reinflitzen? So, dann komme ich mal auf die andere Seite. Die Rundsitzgruppe ist natürlich das getauschte Fahrzeug. Das heißt, normalerweise hast du ja beim Liner dann großes Panoramafenster, siehst das Lenkrad, das siehst du hier nicht. Das hier ist eher so Apartmentfeeling mit 360 Grad Rundblick. Nee, leider nur 270, aber du hast ja noch die Seitenfenster. Aber es bietet in der Praxis natürlich einen sehr hohen Punkt, wo ich über andere Fahrzeuge hinweg schaue. Das Fahrzeug ist ja relativ hoch im Vergleich zu anderen Campern. Dann hast du eine Rundumsicht. Du hast eine schöne Tönung hier drin, sodass du, das geht noch getönter auf Wunsch. Aber das nimmt dem Ganzen natürlich sehr viel Licht weg im Herbst. Genau, richtig. Also hier sind selbst die Standardfenster drin von Dometic. Wenn man prinzipiell Echtglas-Scheiben reinmachen lässt, kann man da den Tönungsgrad angeben. Wobei ich sagen muss von außen, wenn man es jetzt vorher gesehen hat auf dem Video, sieht man eigentlich nicht rein. Gut, es sei denn, man hat Festbeleuchtung an und sieht das hier. Ja, die Küche habt ihr ein bisschen angebogen. Das könnt ihr, ihr baut die Möbel selber? Ja, wir bauen die Möbel selber. Auch das ganze Design kommt eben von uns tatsächlich. Wir gehen immer in die Fortgestaltung relativ schwach, beziehungsweise mit wenig Ausstattung rein, weil wir einfach von der Erfahrung her sagen, je mehr der Kunde als Auswahl hat, umso schwieriger wird das Ganze. Und deswegen arbeiten wir hier relativ mit schlichten Designs. Ein gutes Konzept. Also dieses Thema Zeitlosigkeit ist ja wichtig. Also der Kunde sollte sich immer Gedanken machen, dass man in zehn Jahren eben nicht ein altes Auto hat. Helle Farben, aber alles wird alt sein. Das Fahrerhaus wird alt sein in zehn Jahren, die anderen Sachen. Aber wenn die Marke stimmt, dann ist das Fahrzeug immer noch attraktiv. Also ich merke das ja bei ganz vielen Top-Marken, die am Markt unterwegs sind. Und da zähle ich euch alles, was ich bis jetzt gesehen habe, zähle ich euch ganz klar dazu. Also wenn ihr GFK-Formteile, auch Seiten macht, Monocoque vorne und so weiter. Ja, ihr wollt die Kunden glücklich machen. Großer Kleiderschrank. Ist es eigentlich unter den Bänken? Kann man da was machen noch? Genau, kann ich gerade schon zeigen. Wir haben hier einmal drüben nochmal Stauraum, wo man auch von außen hinkommt. Also ich kann es hier hochklappen. Ich kann die Klappe von außen bedienen. Da kann ich jetzt eine Getränkekiste. Genau, also das beliebteste Fach eigentlich für Wein oder Bier. Toll, das finde ich klasse. Kannst du von außen, das heißt, alles Schwere kannst du von außen laden. Ja, genau. Hier auf der Seite nicht, habe ich schon gesehen. Genau, wir haben hier unten drunter eine Schublade, wo man einfach nochmal ein bisschen was an Kleinsach reinmachen kann. Finde ich immer ganz geschickt, weil dahinter sitzt tatsächlich der Gaskasten. Cool. So, und jetzt siehst du hier, das ist die Sitzgruppe, die du mit dabei hast. Was ich auch gut finde, die Polster bauen nicht so sehr auf, sodass du, wenn du liegst, eben noch genug Sitzfläche hast, dass du die Beine ausstrecken kannst, was die meisten ja auch hier machen werden. Die Küche, da ist der Kunde ja frei. Ihr macht das Vorgabe jetzt Gas? Genau, aber hier ist tatsächlich vom Kochfeld her selber der Kunde flexibel. Das hier ist tatsächlich bei uns so in der Preisliste gar nicht mehr drin. Der Kunde war es trotzdem, hat gesagt, er möchte es drin haben. Und deswegen guckt man eigentlich immer, dass man das, was der Kunde eigentlich sich so wünscht, umsetzen kann. Also der Kunde hat das Fahrzeug noch nicht bekommen, der kriegt das nach der Messe oder wie? Genau, er kriegt es nach der Messe. Aber er hat es gestern schon gesehen. Und? Ein Tränchen? Meistens sind Tränchen dabei. Dometic Lüfter kriegt ein Max-Fan? Geht auch, genau. Also da ist der Kunde flexibel. Ich bin ja großer Max-Fan-Fan, weil man die Dinger im strömenden Regen aufmachen kann, sie leise sind und so weiter. Ich habe eine Anbindung für M-Bug für Max-Fan. Haben wir tatsächlich so noch nicht, weil wir sagen, wir wollen separat steuern können über die Fernbedienung. Nee, du kannst beides machen. Ach so, ja, beides geht. Das funktioniert. Du kannst über praktisch M-Bug den Max-Fan an- und ausmachen. Genau. Und du kannst ihn noch nicht steuern, aber du kannst ihn an- und ausmachen. Genau. Das könnt ihr auch? Das können wir auch. Okay, cool. So, Spiegel ist mit drin. Da kann ich mich komplett sehen. Das ist von oben so unten, finde ich cool. Ich muss zwar in zwei Etappen gehen. Einmal linkes Bein, einmal rechtes Bein. Aber besser wie nix. Und der Tech-Tower, der große. Genau. Wir haben da große Kühlschrank drin. Hier jetzt als Absorber-Kühlschrank, aber auch selber als Kompressor. Ich liebe den Absorber, weil wenn es denn doch mal in die Autonomie geht und du bist dann im Herbst, hast keine Sonne, dann ist der Stromverbrauch um Welten geringer. Ist so. Und man muss sagen, die neuen sind natürlich auch noch mal leistungsstärker, finde ich tatsächlich. Da hat mit der Kühlung einfach gar keine Probleme. Gar keine. Also ich habe den aktuellen, genau den habe ich. Und der macht es so irre kalt. Also auch Eis gefriert hart. Ja, wir haben Eis drin. Sag mal. Ihr habt Eis drin. Und das ist auch, ich sage mal, normales Speiseeis ist das Problem. Also das Eis kommt ja schon gefroren, da geht es dann besser. Genau. Aber das Speiseeis, das wird bei vielen Absorbern weich. Das stimmt. Wobei man auch hier sagen muss, tatsächlich, wir haben die Autos ja hochgefahren und das Eis war von uns zu Hause schon drin. Also die Autos standen hier drei Tage ohne Strom und das Eis ist trotzdem noch tipptopp in Schuss. Ja. Ja, toll. Also Backofen und das hier ist das M-Bug-System. Das ist natürlich genial. Das ist ja krass. Habt ihr die Originalbedienteilung drin gelassen teilweise? Weil du brauchst bei der Alte, brauchst du ja noch das Original. Genau. Also die lassen wir als Backup tatsächlich drin. Einfach nur als Notfall ist bei so einer Fahrzeugkategorie einfach wichtig. Darf ich noch ein bisschen machen? Gerne. So, Heizung. Das heißt, hier kannst du alles steuern, was du hast. Genau. Hat einer einen Scherzbolt. Aber sie hängt ja nicht dran. Wenn du dann noch jetzt Elektro angeschaltet hättest, dann wäre schon warm hier. Genau. So, Klimatisierung kannst du steuern. Genau, haben wir jetzt hier keine drin. So, Kühlschrank. Genau, Kühlschrank kann ich steuern. Saunsystem könnte ich steuern. Und das auch von vorne, identisch? Ja, genau. So, das Licht. Darf ich mal ausmachen? Ja. Alle Lichter. Ist das krank? Das habt ihr echt hinbekommen? Ja. Weißt du, wie viele Leute sich da schwer tun? Ja, wissen wir tatsächlich. Boah, du kannst auch hier Schwarzwasser, kannst du alles machen. Weißt du, wie intuitiv das Bedienbar ist? Ja. Du siehst alles auf einen Blick. Ja. Kannst du es sehen? Boah, ich feiere euch so. Das habe ich nicht erwartet. Wirklich. Weil das ist ja, es kam ja vor Jahren auf den Markt, aber irgendwie hat es keiner irgendwie integriert, weil alle hatten keine Zeit. Doch, wir und Alphas haben es zusammen gemacht. Ja, ich habe Alpha, habe ich ja gezeigt letztes Jahr, der hatte auch das M-Bug drin. Habt ihr denn auch die Satzschlüssel drin? Nee. Vom Elon Musk? Nein, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, da entwickelt sich tatsächlich noch so viel in dem ganzen Thema. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten hier an Dachkonstellationen eben, was Sat-Anlage und so betrifft. Wir haben zum einen, arbeiten wir ziemlich viel mit Ten-Half zusammen. Auch da, wie vier Antennen von Alphatronics tatsächlich. Du weißt ja alles. Ja. Das ist ja krass. Ich meine, wäre schlimm, wenn nicht so. Das heißt, du wärst auch der andere Partner, wenn ich ein Fahrzeug konfigurier. Ja, genau. Dafür bin ich meistens zuständig. Finde ich so cool. Du könntest ja schon wieder Videos machen hier. Ja, das Thema ist ja auch das Gesamtsystem. Die Optik muss stimmen. Wer macht das Design bei euch? Eigentlich alle zusammen. Durch das, dass wir so klein sind, ist das eigentlich so ein Thema immer von Stefan, mir und meinem Onkel tatsächlich, wo wir uns absprechen. Ich liebe Wohnraumteppiche. Kauft die immer gleich mit, weil die werden nämlich von Hand angepasst. Das weiß ich, weil jedes Fahrzeug ein bisschen anders ist, oder? Genau. Das ist eine irre Arbeit und mit Geld gar nicht zu bezahlen. Nee, tatsächlich nicht. Und ich finde gerade fürs Wintercamping ist so ein Teppich einfach angenehm. Im Sommer bräuchte ich ihn tatsächlich nicht, weil ich den Fußboden tatsächlich auch barfuß einfach sehr angenehm finde. Ja, man hat später eine Schablone, mit dem kann man einen neuen Teppich schneiden. Problemlos. Also kauft den Teppich, kann ich euch nur sagen. Und das Schöne ist auch hier, wie schön hier alles nochmal verfugt ist. Da habt ihr wahrscheinlich extra jemanden, der nur Fugen zieht, oder? Also für Fugen sind tatsächlich mein Onkel und ich zuständig. Du fugst? Ja, ich fuge. Ach, du bist auch mit in der Produktion ein bisschen. Wir sind alle mit in der Produktion. Wer hat denn die Fuge gezogen? Hast du die gezogen? Die habe ich nicht gezogen tatsächlich. Ich bin immer fürs Badezimmer zuständig. Hast du ein Werkzeug dafür, für Fugen ziehen, oder machst du mit dem Finger? Echt? Der Finger ist mein Werkzeug tatsächlich, ja. Boah, ich finde dich cool. Du bist echt nett. Zeig mal hier vorne bitte. Und damit meine ich nicht das Nett, was alle... Nein, das ist total klasse, jemanden mal zu haben, der so tief in der Materie steckt. Weil du weißt ja selber, 30-30, da gibt es eine neue Lösung mit der alten Flow. Die kann man, glaube ich, jetzt integrieren in die 30-30. Die kann man integrieren, haben wir jetzt hier bei dem Fahrzeug tatsächlich noch nicht. Aber prinzipiell, das sind so Sachen, wo der Kunde ja auch individuell ist. So, und dann bitte mal schließen unten. Also das gefällt mir schon mal gut von der Größe und der Tiefe. Genau, sind alle so tatsächlich. Alle gleich. Alle gleich. Und hier eben nochmal einen Auszug eben für Mülleimer und große Faschen. Krass finde, da waren jetzt hier drei Personen drin. Die hast du nicht gehört. Habt ihr uns groß gehört jetzt eigentlich? Nein, nein, gar nicht. Das ist doch krank, oder? Das ist die Superqualität. Ihr seid aber nicht von hier, von Wochner, oder? Nein. Wir sind jetzt zwei Stunden angereist. Aber wir interessieren sich auch speziell für diese Marken. Und deshalb sind wir auch nicht hingekommen eigentlich. Das ist doch krass, ihr wart da drin. Ihr habt geredet. Ich habe euch nicht gehört. Ja, das ist echt super. Also ein kleines bisschen. Ja, wir haben uns ganz normal unterhalten. So wie jetzt eigentlich auch. Also ich fand toll. Ja, das heißt, du hast einen Zweiraum. Hier kann mal einer Fernseh gucken. Der Nächste kann da vorne mal ein bisschen was machen. Genau, das ist das, warum wir es auch machen wollen. Das ist echt super. Die Dusche finde ich so krass. Die ist wie zu Hause. Ja, ist total super. Weißt du, nicht so bling-bling, sondern eher so. Oh, du bist ja saugroß. Ich bin etwas größer geraten. Was machen wir denn da jetzt? Gar nichts eigentlich. Ich komme nämlich gut klar. Ich bin seit 55 Jahren. Nein, ich meine jetzt von der Höhe. Habt ihr die Möglichkeit, höher zu bauen? Nee, höher bauen wir nicht. Das ist fest vorgegeben, tatsächlich. Das ist aber auch nicht Schuhe. Dann läuft man barfuß hier. Man hat ja keine Schuhe an. Okay. Das fühle ich technisch auch gut. Ja, mein Sohn wird so groß wie du. Ja. Ja, der ist jetzt schon 1,62 Meter mit 11. Okay. Also ich befürchte, er wird groß. Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Das stimmt. Ja, aber das ist auch mal ein schöner Test. Die Dusche ist okay für dich. Hast du mal rein? Ja, ich komme mit der Größe gut klar. Jetzt habe ich gerade gehört, ich darf das Bett auch hinten etwas verlängern. Weil ihr habt oben so ein Brett in dem Bett eingebaut. Und da habe ich schon gefragt, ob ich dieses Brett rausnehmen könnte. Das könnt ihr aber, glaube ich, machen über Probleme. Also das sind die Sachen, wo wir anpassen können, tatsächlich. Und da müssen wir ein Zentimeter rausholen. Okay. Und wird die Matratze, wenn ich das Brett hinten rausnehmen würde, wird diese Matratze noch um 10 Zentimeter angepasst, dass die dann länger wird und wirklich hinten in den Raum rein? Also das ist die Anpassungssache dann tatsächlich. Da gehen wir dann aber nochmal individuell nochmal ins Gespräch tatsächlich. Wo und an welcher Stelle muss das Ganze angepasst werden, dass es einfach richtig dokumentiert ist. Okay, super. Man hat schon, wenn man mit ihr spricht, hat man schon Vertrauen. Ich weiß nicht, hast du schon mit ihr gesprochen? Ich lerne sie gerade zum ersten Mal kennen, die Frau Wochner. Sie weiß alles. Es ist echt alles. Da wollen wir jetzt gleich was Gespräch, weil das wird gleich, glaube ich, mal Gespräch gleich. Hoffentlich gehe ich für ein neues Fahrzeug. Ja, ja. Wir müssen leider mal kurz rein, weil wir für das Video, also die indirekte Beleuchtung habt ihr schön hinbekommen. Danke. Dimmen geht ja, oder? Dimmen geht alles über das M-Bug oder über das Handy. Sehr schön. Über das Handy übrigens auch. Aber leider im Moment noch nicht von außerhalb. Ja, das M-Bug, da sind die dran. Genau. Was zu machen. Mach mal hier bitte auf. Lass mal kurz reingucken. Also auch da habt ihr volle Nutzbarkeit. Das heißt, okay, da ist es dann flacher wegen der Spüle. Genau. Aber man merkt es nicht. Das finde ich cool. Und hier, das wäre mein Fach für so Kruscht, Fernbedienungen oder Schlüssel oder was du brauchst. Ja, prinzipiell, ich glaube, ich würde hier tatsächlich eher lange Kochlöffel oder sowas lagern. Würde ich hier rein machen, weil Fernbedienungen würde ich tatsächlich irgendwo beim Fernsehen hinten hin machen. Mach mal hier. Das war da. So, jetzt müsstet ihr nur noch die Mülleimer von außen noch entleerbar machen. Machen wir nicht tatsächlich. Erstmal ist hier von innen Mülleimerentleerung mit drin. Hi, komm ruhig raus. So, dann kommen wir mal rein. Hallo. So, und jetzt sieht man sehr schön, das ist eine Wohnraumtrenntür. Die habt ihr integriert. Wir waren noch nicht vorher drin. Du bist mein Zeuge. Ich erlebe das Fahrzeug zum allerersten Mal. Wohlwahl. So, und jetzt, wie kommt man da hoch eigentlich? Zum Alkohol. Wir haben eine Treppe natürlich. Ah, okay. Ja, die kenne ich jetzt von Concorde zum Ausziehen. Aber die würde ja viel Platz fressen. Genau, das ist das eine. Und wir legen tatsächlich mehr auf den Stauroen, den wir zur Verfügung haben und gehen hier wirklich auf eine stabile Treppe. Nichts zum Ausklappen mit Scharnieren etc. dran, weil einfach da eine Dauerbelastung einfach drauf ist und die sich einfach seit Jahren bewertet hat. Und man kann halt trotzdem noch die Türe bedienen. Machen wir zu. Genau. Ja, ich habe zurzeit einen Rundtürknopf, der sehr unangenehm ist. Wenn du nasser Hände hast, kannst du nicht mehr schließen. Das habt ihr wahrscheinlich alles schon ausprobiert. Und hier die Matratzen. Wer macht die für euch? Er ist Schaumstofftechnik. Ist gut? Ja, ist gut. Gibt es sowohl als ganz normal Hartschaum oder eben als Gel. Die fräsen ja die Zonen raus für euch, oder? Genau. Das sind ja mehr und mehr Zonenmatratzen. Sieht so einfach aus, ist es aber nicht. Und ich denke, die sind so schön dick, da liegst du auch gut drauf, oder? Da liegst du wirklich gut drauf. Kannst du die mal kurz mal anheben? Ja, genau. Wir haben hier das Foli-System drunter. Und dann ist das Schlafen einfach wirklich ein Traum. Länge? Zwei Meter. Gott, das langt. Und ja, hier hinten. Ja, ich bin wie ein großer Alkohol. Ich wohne gerade im Alkohol. Also ich habe hier von den Kollegen nebenan, habe ich einen Alkohol. Ja. Und einen Allrad-Alkohol. Und das ist schon ziemlich cool. Weil du, das ist aber Geschmackssache. Nicht jeder ist Alkohol-Fan. Und viele wollen ja so Liner oder so haben. Richtig. Dann warte ich, geh mal hoch. Boah, es ist hier schallgedämmt. Du gehst hier hoch und es ist ganz ruhig. Ich glaube, dass das GfK auch unglaublich geräuschisoliert. Die Fenster leider nicht. Die Fenster nicht. Wobei, ich finde, man hört das hier drin schon. Auch der Teppich eben. Das ist schon so ein Argument tatsächlich für den. Weil der das ganze Geräusch einfach minimiert. Das ist schon angenehm für Toren. So, komm mal rein. Mach mal die Tür zu. Hallo Nadine. Jetzt ist nämlich Ruhe. Jetzt hören wir die anderen nicht. Was ja auch wichtig ist. Ja, ich stelle mir vor, du bist am Klo. Und da ist mal ein kleines Pfürzlein. Das will mir auch nicht, dass es jemand hört. Genau. Nee, also wir haben hier eben auch wieder ein Raumbad tatsächlich. Wir haben rechts die Dusche. Links Toilette mit Waschbecken. Geh mal rein in die Dusche, bitte. Dass man sieht. Du bist ein Meter. Meter 70. Und plus Schuhe. Onschuhe vier Zentimeter. Also Meter 74. Bitte mal Arme ganz hoch machen. Da sieht man also ungefähr, man hat genug Platz auch für ganz große Männer. Für das Thema Wintersport hast du natürlich hier die Stange, kannst abtropfen. Wir haben hier auch eine GFK-Duschwanne eben wieder. Ach, eine GFK-Wanne. Genau, die haben wir selber wieder gemacht. Das ist so das Thema, was wir hier alles selber machen an dem Fahrzeug. Wir haben ein Siphon tatsächlich drin. Das ist immer so die Frage, warum nur ein Siphon? Das langt. Aber wir haben eine Kugelbahn drumherum. Also das Wasser läuft immer in eine Richtung ab. Wenn das richtig gemacht ist, langt es auch hier vorne. Das ist die Markise. Genau. Und wir müssen mal kurz mal gucken. Ja, es gibt hier übrigens eine Duschkopfverlängerung. Kennst du die? Nein. Nein, du kannst also zwischen dem Duschkopf und der Aufnahme gibt es ein Verlängerungsteil und dann hast du eine Regendusche. Ah, das muss ich mir vielleicht mal angucken. Das ist doch China. Und machst einfach dazwischen, das ist so ein Adapterstück. Dann wird das Ding 15 Zentimeter länger und ist dann über dir. Ich glaube, das muss ich mir mal angucken. Das ist ziemlich cool. Mach mal zu, die Tür. Ich will mal sehen, wie die... Also hier oben arretiert tatsächlich. Warte mal, ich guck mal. Die habt ihr jetzt modifiziert, oder? Genau, weil während der Fahrt soll die einfach nicht rauskommen. Und deswegen haben wir die arretiert. Wie cool. So, und ganz wichtig natürlich hier, das ist Haushaltsqualität auch von der Tür her. Und das hält wahrscheinlich auch ewig. Das kommt auch aus dem Haushalt, oder? Die Bräuer. Okay. So, wir tauschen mal. Gucken wir hier hin. Und dann sehen wir mal, das ist eure selbstgemachte Trenntoilette, auch aus GfK. Richtig, genau. Also man sieht es hier, die ist aus einem Guss hier. Man hat hier keine Kanten dran. Das ist vom Reinigen her einfach ideal. Boah, ich finde die cool. Und das nehmen die meisten, oder? Alle. Alle. Alle nehmen das. So, hier hast du ein Thermostat. Was ist das hier? Für die Heizung tatsächlich hier, für ein Handtuch. Bypass. Genau. Okay. Dann hast du hier, ist da was drunter hier, oder ist das fest? Ist ein Spiegel, auch ein Spiegel. Mach mal auf, bitte. Kurz mal reingucken, wie viel Platz man hat. Du bist ein großer Fan von elektrischem Mundduschen, deswegen hast du die Höhe auch schon bedacht. Ich denke, es gibt ja viele Dinge, die hoch sind. Das können ja, ich sag mal, eine Haarspraydose sein. Das kann alles sein. Ja, auch allein das Equipment, das man für Trenntoilette einfach braucht. Die Streubox, der Spray, das sind einfach Sachen, die einfach höher sind. Die müssen da einfach drin Platz haben. Cool. Hier die Fugen diesmal in Weiß. Was ich cool finde, dass hinten die Poritze in Blau beleuchtet wird. Ja, weil zum einen gibt es die blaue Lampe einem das Signal, der Lüfter von der Toilette ist an, also ist sie bereit. Und zum anderen, durch das, wenn die Klo-Deckel unten sind und man nachts auf Toilette geht, dann schimmert das ganz leicht unter dem Klo-Deckel. Ganz leicht. Das Blaue ist nicht so schlimm. Genau. Das habe ich verstanden. Aber das ist eine schöne Lösung und sieht auch gut aus. Beinfreiheit ist okay. Wenn du die Tür schließt, kannst du quer sitzen. Geht das auf der Trenntoilette? Sollte man schon relativ gerade sitzen, tatsächlich. Also für ganz lange Beine wäre es ein bisschen kurz. Genau, für ganz lange Beine. Wobei eben, das ist immer so eine Sache, da gehen die Leute tatsächlich rein und sitzen einmal Probe. Gut. Kann man sich hier anmelden. So, großer Spiegel finde ich total wichtig. Viel Beleuchtung. Kann ich mehr Beleuchtung kriegen auf Wunsch? Nee, also das hier tatsächlich ist. Langt das nur schminken? Das reicht. Reicht. Ja, wenn du es sagst. Ich schmink mich ja so selten. Mach mal auf hier. Mal reingucken. Auch da habt ihr jeden Zentimeter. Ach, ein flacher Siphon. Das ist ja mal gut. Ah, alles KfK. Habt ihr alles selber gemacht? Genau, alles selber gemacht. Gut. So, Handtuch, Heizkörper. Der Boden ist so Linoleum, oder? Genau, das ist BVC. BVC. Also sieht so ein bisschen aus wie Linoleum. Und hier am Bad haben wir natürlich keinen Teppich drin. Das macht ja keinen Sinn. So, der Griff, der sieht aus wie in der Kita. Das liebe ich immer. Nee, das ist halt Qualität. Das strahlt so ein bisschen aus. Und hier hast du ja noch zwei Fächer mit drin. Und kann man die in der Version einbruchssicher bestellen, die Tür? Ich sehe. Ich sehe. Wie denn? Ich kriege die so nicht hoch, den Rolladen. Sag mal. Also nicht, dass du den nicht hochkriegst, sondern... Ich kann mal kurz einfach hier stellen. Ich kann den von innen verriegeln. Ich kann von innen verriegeln. Also ich kann es gerade mal zeigen. Ja, sag mal. Ich bin nicht hoch. Kriegst du nicht hoch. Der hat seitliche Verriegelung. Aber wenn ich jetzt eine festere Tür haben möchte, würde es gehen? Aktuell nicht. Nee. Wir machen das Prinzip hier von einem Thermorolladen. Einfach, weil wir die Kabine wirklich abschotten vom Fahrzeug selber. Nee, es geht um das Thema verschiffen. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, okay. Aber da können wir sich ja mit euch in Verbindung setzen. Also wenn einer wirklich sagt, ich will das Ding einschiffen und will, dass da nicht einer durch einen Tritt reinkommt. Weil das kann es wahrscheinlich durchtreten, oder? Wir haben relativ viele Kunden, die mit den Fahrzeugen in der USA unterwegs sind. Also bisher haben wir da noch nie was anderes gehört, dass wir was anderes hätte hin müssen. Gut, wenn du das sagst. Also ich, darf ich mal so ein bisschen? Cool. Also, mich hast du überzeugt. Mach mal bitte noch die zwei Schubläden auf, dass wir da mal reingucken. Ja, das ist ja das optimale Fach für Wein und Bier oder Schmutzwäsche, die du reinmachen kannst. Und drunter das Gleiche. Und drunter das Gleiche. Schön. Hat der Name nochmal, hast du den Namen drauf? Name? Bujaro? Ja. Und die Zahl dahinter? 470 ABGS. Boah, du weißt alles. Das ist, ja, schön. An der Seite auch hier schön mit Teppichen. Auf Wunsch dann auch mit Fernseher. Wenn einer dann im Schlafen unbedingt, ich gucke ja immer mehr über Notebook und Tablet, machen immer mehr, oder? Genau, wobei eben alle Anschlüsse eben, wenn Vorbereitungen rein müssen, sind immer Kabel schon drin verlegt, dass wenn sowas nachgerüstet werden möchte, ist das jederzeit möglich. So, komm, wir gehen mal raus. Zwei Autos haben wir noch vor uns. Das, 48 Minuten, hättest du es gedacht? Ne, tatsächlich nicht. Ich habe gehofft, wir kriegen es schneller durch. Es geht nicht, es ist zu erklärungsbedürftig. Ich glaube auch. Das Produkt ist gut. So, wir gehen schnell raus. Dann zeigen wir es noch einmal. Es heißt, Mujarro 2A470A BGS, das ist wahrscheinlich alles in Sinn. Und die Bettmaße, mal gucken, Schlafplätze zwei fest, Alkoholbetten 800x200, zwei Stück. Und mittlere Matratze 500x1700, die mittlere, das wäre hier die, ach, die in der Mitte. Die in der Mitte. Alles klar, für das Enkelchen. Genau, zum Beispiel. So, und die Preisliste könnt ihr, wenn ihr jetzt euch ein Stammbild macht und das abfotografiert habt, die Preisliste. Ihr habt an alles gedacht, ja. Follow us auf Instagram. Nadine, hast du gut gemacht. Heute ist der 26. August 2023. Wir sind am Stand von Wochner, The Manufacturer. Nadine Wochner. Kein Zufall, sondern Teil der Family. Tschüss, Nadine. Ciao. Ciao, ciao.